Jean Vidal war ein französischer Violinist und Dirigent. Leben und Wirken Jean Vidal studierte ab 1805 am Pariser Konservatorium Violine bei Rodolphe Kreuzer. Außerdem hatte er Kompositionsunterricht bei François-Joseph Gossick. 1808 erhielt er den ersten Preis im Fach Violine im Folgejahr für die Kantate Angadans L'Ethesat den Deuxime Second Grand Prix de Rome. Ab 1816 war er Violinist beim Orchester der Pariser Oper. 1828 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der von Sostene de la Rochefoucault initiierten und von François-Antoine Habeneck geleiteten Societe des Concerts du Conservatoire, deren Konzerte sich schnell internationalen Ruf erwarben. Ab 1831 leitete er außerdem das Theater Italien. 1836 wurde er Orchesterleiter des Athene Musical und erster Kammerviolinist von König Luis Felipe. Zwischen 1814 und 1840 nahm Vidal an den von Pierre Bayou organisierten Kammermusikalischen Konzerten teil. In mehr als 140 Konzerten wurden Werke von Luigi Boccarini, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, George Onslow, Giovanni Battista Viotti sowie Bailots eigene Kompositionen aufgeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017